ARD Text im Auftrag von Funk 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 schießt du da schießt er auf mich kannst du kurz nichts unüberlegtes tun ne ne mach ich nicht auf dich ja wahrscheinlich oder der geht schon ziemlich nah bei dir in die richtung wo ist denn der genau bist du noch in diesem bereich ja ja das neben dem schmerzmittel und natürlich auch keins mehr dabei zwei stück zwei leute ich gehe mal ganz nach oben das ist ein bisschen oder eben entfernen müssen wie weit das ist ja 500 von 450 meter von mir aus sind die am eingang vorne an das schrank hier oder was erwarte warte die die baracke ist gerade losgegangen die mittlere baracke trägt schüsse ja also die schließt auf mich schießt auf mich echt jetzt kann er mich eigentlich aber nicht treffen schießt er nicht auf mich ja ich sehe ihn aber nein mach jetzt nichts unüberlegtes gehe auch nicht hoch ja ich kriege gerade wieder weg ich muss halt nur aufpassen dass die zombies hinter mir nicht kommen moment muss hoch wieder ja 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 die haben auf mich geschossen ich würde ich würde ich heute hingehen weiß nicht ob es alter bessere alternativen ich habe wie oft jetzt wurde getötet oder was sein ernst ich habe den drei viermal mit dem oberkörper so schultermäßig getroffen ok naja gut das alter ist aber noch keiner ähm ich habe nicht das zombieproblem gehabt ja man das ist halt das was ich auch mal sag das nervt übertrieben ähm was machen wir jetzt ja warte bis der andere rauskommt der denkt vielleicht jetzt ich war der einzige hier wo hast du denn getötet äh der lag auf jeden fall noch quasi im eingang an diese ecke oder äh ja er war eigentlich mittendrauf also mitten am eingang quasi der hatte auch ein bisschen glück weil ich habe zwei dreimal auch die äh scheiß äh ding getroffen hier wie heißt die die scheiß schranke da hatte er auf jeden fall glück ok dann gehe ich mal wieder hoch um dann besser an sich das zu sehen ich bin jetzt gerade mal eben überlegen ob ich mal eben an der mission vorbeischauen soll vielleicht liegen da ja noch äh waffen oder sowas kein bock dass die jetzt irgendwie davon kommen der könnte jetzt das zeug looten und dann quasi in den SUV ja ja dann gibt's vollgas auf dem SUV einfach fack man der looted den islien ja man jetzt nicht mehr gerade nicht ah fack 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 f er blutet reifen disabled ja man steht an der schranke ok ich hab den auch getroffen blutete stark aber tot ist weiß ich nicht ich werde noch einen reifen rausnehmen sicher sicher oh man ich muss gerade auf den schießen ja ok ich warte eben sag mir bescheid wenn du zeit hast so was das erinnert mich gerade an die mission wo ich letztens wo du gestorben bist und ich dann da voll unter strom stand noch wo du dann gefahren bist mit dem fahrrad das hat sich immer auf den arsch gesetzt zum bremsen nicht auf sowas der wild der provoziert mich übel mann der willst echt wissen hat er dich denn schon getroffen nicht wirklich ich esse fleißig ich esse fleißig es sieht aus als ob mich das fahrzeug nicht verfolgt ich bin froh dass er das deploy bei ich hab ihn mit einem rennen erwischt der ist aber raus der ist abgehauen oder was nein mann weißt er hättest du mal die beine gebrochen ich hab ihn aber getroffen mann auf der entfernung im rennen voll speed ja ja ich stehe denn jetzt hinterher mann scheißegal nein bleib oben nein der muss ja irgendwie links oder rechts davon abhauen dann kannst du vielleicht nochmal was drücken ja mann ja der ist wahrscheinlich an diesen bracken wahrscheinlich hat der blande den ding meine ich an den an den was an den hangaren ok schießt noch jemand ich sehe ein das ist der typ nein anderer sollte sein kollege sein der schneller als ich nein der war voll ergriff ok habe ich krimzi nice also der war komplett auf der anderen seite im wald ich hab einfach nur gedacht geschuss gehört bam getötet huuu alter ich bin so auf adrenalin das kannst du dir gar nicht vorstellen mein ich bin wie ein verdammtes küchenhuhn mann das kann ich mir doch ganz gut vorstellen mhm fahrt jetzt gar nicht mal mehr so entspannt für mich na mann weil du voll unter zeitdruck bist ja halt ich will gar nicht wissen wo der jetzt hingeht um mich zu erwischen der will mich auf jeden fall ich glaube nicht dass der weg geht mann vielleicht zu meiner leiche ne dass wir das dimmste was wir machen können von den ganzen Oktions intelligenteste wer tatsächlich wenn er einen richtig großen bogen macht na mann aber selbst dann hat er nur eine chance sich zu erwischen ich glaube wenn du nach ganz oben auf das ding willst hast du nur die treppe oder da gibt es keine leiter glaube ich ja oh ich sehe ihn ok oh mann ich hatte mich schon gefreut ich dachte das wäre anunfällig wenn man die Verbindung nein musst du Blood back geben hatte ich getroffen ja ok ich sehe jetzt war er jetzt war er jetzt ist er down jetzt ist er down nice fuck gg warum fuck bist du jetzt auch noch gestorben oder was was ne ne weil ich übel auf 10 mal 10 mal overlevel ding bin alter shit man ja aber warte sein Kollege kann doch kommen ne mhm also überwach das ich übernehme dann das Luten ich übernehme den schönen Teil schüsse schüsse alter war ja auch zu schön um wahr zu sein auf dich ja man echt jetzt ja man oh wow jetzt wird es natürlich nun mal extrem brenzlig naja liegt doch da der war definitiv tot wo ist mit seinem Kollegen ich weiß nicht ob der jetzt so schnell schon wieder da ist kann sein aber naja ich meine ich bin auch nur anderthalb Kilometer gut so wie wir hier rumballern ist das Problem dass wir wahrscheinlich ganz Czerno angelockt haben ja man Tag of Potato wurde getötet ja bin ich jetzt jetzt vorbei im Eingang rechts oh ja oh der hat uns schön skin an der müsste auch schlüsser und allen scheiß haben oh der hatte noch sein Name war Kloggy er starb durch einen Kopfschuss nice läuft bei dem Headshot confirmed immer seine Kleidung er hat eine ziemlich coole Kleidung ja aber wir müssen jetzt ranglotzen den SUV noch auschecken lol wir hatten eine M16 A4 A Corp lol nice und damit hat er mir so zugerichtet oder was jo das war ein ziemlich guter Schutz ja Hubschrauber ja ich glaube ich jeden Fall ein Schlüssel dabei mhm hier im Koffer hatte der sonst nur schlechte Waffen eigentlich kann ich erst zu meiner Leiche gehen ja ob wir gegebenenfalls auch escapen könnten abgeschlossen hast du oder ja ok ich hab die Leiche gefunden ich geh kurz bei der vorbei ok wir sehen was der ich lauf jetzt einfach ich lauf jetzt einfach da rein komm ja man scheiß drauf Yolo ja wir müssen jetzt hier schnell weg ohne scheiß ich hätte dir vielleicht einen Schlüssel geben sollen wenn du da mit ihm bist ja hab ich mir auch gerade überlegt aber ich hab den Schlüssel von deren SUV das ist gut was hattest du dabei in deren SUV ist nichts mehr drin jetzt lauf wir erst einmal komplett durch oh man ey ganz ehrlich wollt ihr mich verarschen man was denn sag an da war ein Baum so gespawnt dass der aus dem Boden in der Baracke kam und ich dachte das wäre ein Gilly so ok der hat auch einen Schlüssel dabei vielleicht für den roten Z oh ja weiß ok du hast auch noch keinen Baum gerammt hm du hast auch noch keinen Baum gerammt reicht der Alter nicht dein Ernst hast du den Reifen kaputt gemacht der ist noch da aber scheint so ja warte warte dann lass mich ihm raus wir haben noch einen Reifen im Auto gehabt nice bester Platz für nen Unfall echt so steck wieder einen als Fahrer hier geht los auch zu dir gerade gesagt ne ja man das ist weil du es gesagt hast ich freue mich nicht ich freue mich auf einen Stein ja ok jetzt übelst du an der Coverweg durch die Bäume durch man ja so hier hier